Hallo, mein Tag hat heute mit Videoschneiden angefangen. Dann habe ich einmal den Ausblick gezeigt von unserem Hotel. Wir sind dann aber auch nochmal in die oberste Etage gefahren. Da war das Ganze nochmal ein bisschen schöner. Da hat man so einen kleinen Aussichtspunkt. Dann sind wir losgegangen zu 7-Eleven. Da mussten wir über diese Brücke, über die Hauptstraße. Und war so ein 5-Minuten-Weg. War ganz interessant mal rumzulaufen. Und danach bin ich noch weiter selber rumgelaufen, weil ich noch eine ATM, also eine Maschine gesucht habe zum Geld abheben. Weil wir kein Geld hier haben. Und brauchen wir halt manchmal so ein bisschen Bargeld. Da bin ich sehr lange rumgeirrt. Bin dann zurückgelaufen und habe gesehen, oh, es wird langsam dunkler am Himmel. Habe gar nicht gecheckt, dass es anfangen könnte zu regnen. Aber ich glaube, wir sind hier wirklich in der Regenzeit gelandet. Und auf einmal hat es richtig angefangen. Und das leider so kurz vorm Hotel. Aber ich hatte meinen Rucksack auf. Und da war das ganze Geld und meine Technik. Und dann war da drin, da wollte ich auch nicht durch den Regen rennen. Ich habe mich auf jeden Fall dann auf diese Brücke noch raufretten können. Habe dann da gewartet, da vorne in dieses Haus. Das ist unser Hotel. Und ja, dann habe ich ziemlich lange gewartet. Und irgendwann habe ich dann Tobi geschrieben. So, was mache ich jetzt? Weil ich habe gesehen, dass noch die nächsten Stunden durchregnen soll. Und es hat wirklich extrem geregnet. Ich hatte auch Angst, dass die Autos mich da so von der Seite anspritzen. Auf jeden Fall hat Tobi sich dann auf den Weg zu mir gemacht mit seiner Regenjacke. Da sieht man gerade, wie er angesprintet kam. Und dann habe ich netterweise seine Regenjacke bekommen beim Rückweg. Und ja, dann waren wir wieder zurück. Und haben uns nochmal oben auf diese Aussichtsplattform gesetzt, sage ich mal. Und haben dann ein bisschen was gegessen, was wir 7-Eleven gekauft haben. Dann ein bisschen Reiseplanung gemacht. Haben uns dann zum Abendpunkt noch was bestellt. Und dann habe ich meinen Wetterbericht für die nächsten Tage geschaut. Und es soll morgen, übermorgen und die ganze Zeit, ob wir hier sind, auch die ganze Zeit richtig schlechtes Wetter sein. Mal schauen, was wir da machen. Dann haben wir noch einen Film geguckt. Und das war's.